Außenministerin Annalena Baerbock spricht zwar nicht gut Englisch, aber dafür sehr schlecht Deutsch. Und unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat erkennbar keine Ahnung, wovon er redet, wenn er über Wirtschaft redet. Und wir haben das Beweisvideo, wir zeigen es Ihnen in dieser Achtung-Reichel-Folge. Sie sollten es unter gar keinen Umständen verpassen, denn dann wissen Sie, was auf uns alle zukommt. Also schauen Sie dieses Video bis zum Ende, abonnieren Sie diesen Kanal und teilen Sie dieses Video mit all Ihren Freunden, damit Sie nicht mehr länger Tagesschau gucken müssen. Los geht's mit Achtung-Reichelt. Herzlich willkommen bei Achtung-Reichelt. Wie so oft in der politischen Weltgeschichte kann niemand im Nachhinein behaupten, er hätte nicht gewusst, was er da wählt. Sehr viele Politiker sind Narzissten. Narzissten glauben, dass man sie wählt, weil sie so sind, wie sie sind, nicht, obwohl sie so sind. Deswegen verstellen sie sich meistens nicht. Sie sagen und zeigen, was man bekommt, wenn man sie wählt. So war es schon immer. So war es auch bei der grünen Partei. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ging vollkommen offen damit um, dass sie ihre eigene Autobiografie nicht nur nicht selbst geschrieben, sondern vermutlich nicht einmal selbst gelesen hatte. Menschen, die all ihre Gedanken bei anderen geklaut haben, können nicht besonders klug sein. Jeder Mensch versteht das intuitiv. Wenn Annalena Baerbock eigene Gedanken hätte, dann müsste sie nicht fremde Gedanken als ihre eigenen Gedanken ausgeben. 13,3 Millionen Deutsche wählten sie trotzdem, weil sie offenkundig eine Kanzlerin wollten, die anderen Menschen ihre geistige Arbeit wegnimmt. Es kann also niemanden überraschen, dass die grüne Partei uns wegnehmen will, was wir uns erarbeitet haben. Das Ergebnis, wir haben nun eine Außenministerin, die uns auf der ganzen Welt mit ihrem gruseligen Englisch blamiert und die sich bei jedem Wort mit mehr als drei Silben verhaspelt. Oh weh, hätten das auch wir sein können, wenn wir eben nicht diese Lebensversicherung NATO gehabt haben. Wir haben zeitgleich erlebt, dass in Spanien selber die Wälder gebrennt haben. Das Land, das Land hält zusammen. Dass es eine stehende Begrade hier in Litauen von deutscher Seite gibt. Nah der Kontaktlinie in der Ostkokraine. Dem Wirtschaftsminister nichts gerönt, die Rohstoffe Kobold. Noch ein Jahr Transport rüberfrauber zu stellen. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Und deswegen verfolgen wir von europäischer Ebene, von deutscher Ebene. Für Paare den Steuersatz auf 45 Euro anzuheben. Wir haben mit dem Sanktionspaket insbesondere Staatsschlussfolgerungen zum Iran verabschieden. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Bacon of Hope speckt der Hoffnung. Schwer vorstellbar, dass man so etwas sagt, wenn man in London Völkerrecht studiert haben will. Aber wir wollen hier keine Verschwörungstheorien verbreiten. Derweil ermahnt uns Annalena Baerbock, uns Kenia als Vorbild für die deutsche Energiewende zu nehmen. Kenia ist ein Land, das aufgrund einer verheerenden Inflations- und Energiekrise vor unser aller Augen explodiert und Richtung Bürgerkrieg taumelt. Auch verlangte Baerbock von uns, dass wir unsere Freiheit in unseren Heizungskellern verteidigen. Wer nicht mitmacht, ist für Putin. Hier noch einmal zur Erinnerung. In einer leidenschaftlichen Debatte darüber, wie wir diese Sicherheitsfrage Klimaschutz in der Gesellschaft verantworten. Und es geht darum, dass die Heizungen in unseren Kellern und Sie, die aus Ländern kommen, wo es derzeit ein bisschen wärmer ist. Die Heizung ist für uns eine Frage von Sicherheit und zwar nicht nur im Wind, dass die Heizung immer funktioniert. Aber eine Diskussion darüber, dass jede Heizung in jedem Keller in unserem Land ein Teil unserer zukünftigen Sicherheitsstruktur ist. Darum geht es bei uns und das löst auch bei uns kontroverse Debatten aus. Aber für uns als Bundesregierung ist klar, wenn wir nicht alle Aspekte, auch das Heizen in unseren Häusern zu Hause, bei unserer Sicherheitsfrage mitdenken, dann werden wir diese Jahrhundertaufgabe nicht angehen können. Es löst kontroverse Debatten aus, weil es vollkommener Unsinn ist, was Annalena Baerbock dort erzählt. Das Ergebnis war das verheerende Heizgesetz, das dieses Land fast zerrissen hätte. Das kommt raus, wenn Annalena Baerbock sich ihre eigenen Gedanken macht. Noch einmal, man hätte das alles vorher wissen können. Das Beste, was man über Annalena Baerbock sagen kann, als Außenministerin kann sie relativ wenig Schaden anrichten, wenn sie nicht gerade aus Versehen Russland den Krieg erklärt. Baerbock ist zwar peinlich, aber immerhin nicht gefährlich. Ganz anders ihr Kollege Robert Habeck. Als Wirtschaftsminister ist er gerade dabei zu zerstören, was Generationen von Menschen in diesem Land aufgebaut haben. Unsere Industrie. Sein Trick? Er hat die Atomkraftwerke abschalten lassen, an deren günstigem, verlässlich fließendem Strom unsere komplette Wirtschaft hängt. Auch bei Robert Habeck hätte man vorher wissen können, dass er von Wirtschaft keine Ahnung hat. Hier ist der heutige Wirtschaftsminister Robert Habeck, wie er im Wahlkampf versucht, versucht, das Wirtschafts- und Finanzsystem zu erklären. Er ist für jedermann erkennbar vollkommen ahnungslos. Er kennt keine Zahl, keinen Mechanismus. Wir sehen einen stotternden Kinderbuchautor, der jede Imbissbude innerhalb von Tagen in den Bankrott führen würde. Schauen Sie. Also wir reden ja beim Eigenkapital der Banken um eine Erhöhung von 8 auf 20 Prozent, glaube ich. Das wäre sehr schön. In Basel 3 ist von 1 auf 5 Prozent gegangen. Ja, aber 8, glaube ich, ist jetzt Vorgabe, oder? 5. Meinst du das? Hm, okay. Na gut, aber daran siehst du ja, also wenn du es 1 zu 4, ist ja offensichtlich, dass sozusagen mehr schuldnerischer Verkehr im Umlauf ist als das reale Geld. Das ist ja, wenn du von 1 auf 5 oder 8 gehst, dann sind ja sozusagen 90 Prozent nicht abgedeckt sozusagen. Das ist ja der Arm-Finger-Vergleich. Jeder Unternehmer könnte zumachen. Ja, das stimmt, aber gut, ich, also, das liegt ja auch, gut, du musst sozusagen das System dann ja langsam rückwärts abwickeln, oder? Du musst jetzt vielleicht... Das ist die Growth. Bitte? Das ist die Growth. Ja, er wollte aber nicht die Growth. So habe ich ihn nicht verstanden, sondern genau in die andere Richtung zielen. Dann habe ich ihn Gott sei Dank falsch verstanden. Hä? Dann habe ich ihn Gott sei Dank falsch verstanden. Ja, ich glaube, er, wenn ich das richtig interpretiere, er wollte ein gerichtetes qualitatives Wachstum haben, das dann natürlich auch wahrscheinlich neue Kredite braucht und so weiter. Aber gut, das System heilt sich ja nicht selbst, sondern das hast du ja darauf hingewiesen, dass wir jetzt so viel Geld im Verkehr haben, ist eben auch jetzt die Politik, die Schulden durch einen niedrigen Zinssatz zu drücken. Das heißt, wenn du jetzt wahrscheinlich, wenn du jetzt den Stecker ziehst, dann kollabiert das. Sondern ich nehme an, also musst du mir vielleicht helfen oder vielleicht mit meiner Lehner einspringen, dass du allmählich innerhalb des Systems die Schulden abbauen musst. Und dann weiß ich nicht, ob du dann irgendwann in ferner, ferner, ferner Zukunft zu einer 1 zu 1 Belastung wieder zurückkommst. Aber dies wird auch gar nicht nötig. Aber so ist es jedenfalls hochrisikoanfällig. Das sagen alle Experten. Aber bei allem Respekt, ich soll sie doch wählen, damit sie das deregulieren. Warum muss ich ihnen das erklären? Robert Habeck hat keine Ahnung, wovon er da redet. Erkennbar, keine Ahnung. Man könnte Mitleid mit ihm haben, wenn nicht unsere komplette Volkswirtschaft in seinen Händen liegen würde. Es war immer klar, dass Robert Habeck keine Ahnung von unserer Volkswirtschaft hat. Jeder konnte es sehen, jeder konnte es hören. Trotzdem stimmten Millionen Menschen dafür, dass unsere Wirtschaft, unser Schicksal in Habecks Hände gelegt würde. Soll nun kein Grünen Wähler behaupten? Er hätte es nicht gewusst. Mit seiner Deindustrialisierungspolitik hat Robert Habeck unser Land in die Rezession und Millionen Menschen in Zukunft Sorgen und Existenzängste geführt und getrieben. Aber dafür hat der Planwirtschaftsminister nur Spott übrig. Schauen wir zuerst auf die Wirtschaftslage. Die neuen Zahlen vom Internationalen Währungsfonds sind für Deutschland überraschend schlecht. Die Wirtschaft könnte um 0,3 Prozent sinken. Sie haben in der Frühjahrsprognose noch mit 0,4 Prozent Wachstum gerechnet. Da war das Glas noch halb voll und jetzt ist gar nichts mehr drin? Das würde ich so nicht sagen, aber die Daten sind natürlich nicht gut. Da muss man nicht drüber hinweggehen. Es gibt allerdings keinen Grund für eine German Angst. Man kann das ja erklären. Es gäbe keinen Grund für German Angst, sagt Robert Habeck. Unter German Angst versteht man nicht etwa, wenn Deutsche sich sorgen. Oh nein. German Angst bezeichnet eine kollektive Angststörung. Einen irrationalen Wahn. German Angst ist nichts anderes als eine abfällige Beschreibung für den provinziellen deutschen Zauderer, der jede Veränderung fürchtet. So blickt Habeck auf uns herab, wenn wir von ihm nicht um unsere Lebensgrundlage gebracht werden wollen. Er sieht uns als Gestörte, die ihm nicht folgen wollen. Verachtung für das Volk, das zu schwächlich ist für seine grandiosen Ideen. Das ist der Geist des Robert Habeck. Auf Social Media und bei ARD und ZDF kann man den fanatischen Jüngern der Grünen Partei förmlich dabei zusehen, wie sie zunehmend in Panik verfallen. Hauptstadtjournalisten und Aktivisten spüren, dass die überwältigende Mehrheit im Land nichts mehr mit grüner Ideologie zu tun haben will. Sie tun nun, was Ideologen immer tun, wenn sie nichts mehr zu bieten haben. Sie erklären alle Kritiker zu Feinden. Wenn sie wissen wollen, was sie in naher Zukunft alles nicht mehr sagen dürfen, dann müssen sie nur aufmerksam ARD schauen. Hier ist ein Kommentar der Tagesthemen. Migranten gelten als potenzielle Messermänner. Sie sprechen in der Partei von Genderwahn und Regenbogenmist, machen Witze über das Gewicht der grünen Chefin. Früher bin ich noch zusammengezogt, heute nehmen viele das so hin. Aber ich finde, dieser Ton darf nie normal werden. Denn die Würde des Menschen ist längst nicht mehr unantastbar für die AfD. Ist die Partei also verfassungsfeindlich? Was denn sonst, frage ich, wenn schon der erste Artikel des Grundgesetzes, also die Würde des Menschen, mit Füßen getreten wird. Wer über Gewalt und Messerkriminalität durch Migranten, über den Irrsinn der Gendersprache, über die unheimliche Ideologisierung der Regenbogenfahne spricht, wer es wagt, Witze über Ricarda Lang zu machen, der gilt der ARD nun als Verfassungsfeind. Um es klar zu sagen, wir machen hier zwar keine Witze über das Gewicht von Ricarda Lang, fragen uns aber, ob all die Witze von Linken und Grün über Helmut Kohl oder Peter Altmaier verfassungsfeindlich waren oder warum man sich dann über das akkurate Aussehen von Philipp Amthor lustig machen darf. Ist das nicht Bodyshaming? Und ja, wir haben ein Problem mit vollkommen außer Kontrolle geratener Migration, mit offenen Grenzen, mit der linken Ideologie, deren parteiübergreifendes Symbol die Regenbogenfahne geworden ist. Hier ist eine Statistik dazu. Erhoben hat sie der niederländische Migrationsexperte Ruth Koopmanns. Allein in Deutschland wurden zwischen 2017 und 2020 rund 300 Menschen Opfer eines vollendeten und über 1600 eines versuchten Tötungsdeliktes durch Täter, die als Flüchtlinge eingereist waren. Über 3000 Frauen fielen im gleichen Zeitraum einer Vergewaltigung durch ein oder mehrere Flüchtlinge zum Opfer. Das sind schockierende Zahlen und da sind die vergangenen drei Jahre, besonders das Horrorgewaltjahr 2022, noch nicht mit eingerechnet. Grünes Gedankengut ist dabei, unser Land in einen Ort zu verwandeln, an dem immer mehr Menschen immer weniger Geld übrig haben und damit für immer mehr Menschen bezahlen müssen, die ungehindert zu uns strömen. Die Hälfte der Menschen, die in diesem Land das sogenannte Bürgergeld beziehen, sind keine Bürger dieses Landes, sondern Bürger eines anderen Landes. Seit 2010 haben wir sagenhafte 133 Milliarden Euro an ausländische Hartz-IV-Empfänger bezahlt. 133 Milliarden Euro. Und ja, unser Land wird durch diese unkontrollierte Migration düsterer, krimineller und gewalttätiger, nicht bunter, wie die Grüne Partei es versprochen hat. Jeder Mensch spürt es in seiner Stadt, in seinem Freibad. Man muss sich nicht schämen, das auszusprechen. Man ist deswegen kein Verfassungsfeind, wie die Tagesthemen Ihnen einreden wollen. Selbst Ricarda Lang, die Vorsitzende der Grünen Partei, gibt inzwischen offen zu, was ihre eigene Partei angerichtet hat. Sie selbst traut sich nachts nicht mehr allein in den Görlitzer Park in Berlin. Schauen Sie. Würden Sie nachts alleine durch den Görlitzer Park gehen? Im Moment nicht. Nein, nein. Die Grüne Partei hat Berlin jahrelang regiert. Die Grüne Parteizentrale ist nur fünf Kilometer vom Görlitzer Park entfernt. Und nun geben diese Leute offen zu, sie haben mit ihrer Migrationspolitik, mit ihrer skrupellosen Ideologie der Vertuschung, No-Go-Areas, im Herzen unserer Hauptstadt geschaffen, in die sich nicht mal die Parteivorsitzende traut. Hier noch einmal. Würden Sie nachts alleine durch den Görlitzer Park gehen? Im Moment nicht. Nein. Das größte Problem ist, wir sind inmitten einer Krise, die unser Zuhause für immer verändern wird. Aber niemand tut etwas dagegen. In unseren Apotheken sind Antibiotika, Fiebersaft, Krebsmedikamente knapp. Aber unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach irrlichtert durch den italienischen Sommer, beleidigt die Italiener und kümmert sich lieber um Klimawandel und angeblich bis zu 20.000 Hitzetote im Jahr, die es genauso wenig gibt wie die Killer-Varianten, mit denen er uns in der Pandemie Angst einjagen wollte. Angst ist seine Macht, aber echte Arbeit ist nicht so seine Sache. Rezession, unkontrollierte Migration, Inflation, dramatisch steigende Kriminalität, Abwanderung von Unternehmen, ein vollkommen überforderter Wirtschaftsminister, eine implodierende Energiepolitik, die uns als Energiewende verkauft wurde, bei der wir nun aber den schmutzigsten Kohlestrom Europas mit Steuergeldern subventionieren sollen, ist das nicht eine Situation, in der sich der Bundeskanzler einschalten sollte, auch wenn er gerade in den Ferien ist, somit doppelt und dreifach Wumms. Oh nein, das sieht Olaf Scholz nicht so. Er hat andere Prioritäten. Respektkanzler Olaf Scholz hat der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben. Schon im Vorspann des Interviews heißt es, er scheint sich zu freuen auf das Gespräch, was offensichtlich am Thema liegt. Ausnahmsweise soll es mal nicht um Krieg, Energiesorgen und Koalitionsstreit gehen, sondern um seine Lesegewohnheiten. Zitat Ende. Ein Interview mit dem Regierungschef, also ohne eine einzige kritische Frage, klar vorab so besprochen, sowas gibt es sonst nur auf Kuba und in Nordkorea. Olaf Scholz sorgt sich nicht etwa um die desolate Lage der deutschen Wirtschaft, sondern, so die Süddeutsche Zeitung, um die rassistische Darstellung von Afrikanern in Kinderbüchern, etwa bei Tim und Struppi. Bei Tim und Struppi. Sie haben richtig gehört. Dagegen möchte Olaf Scholz nun etwas unternehmen. Er sagt, Ich bin dafür, Probleme auf jeden Fall sichtbar zu machen, in Vor- und Nachworten und mit Hinweisen im Text, um eben auch deutlich zu machen, was so heute nicht mehr in Ordnung ist. Wenn es sich um pädagogisches Material für Kinder handelt, sollte es klar unseren heutigen Vorstellungen entsprechen. Da werden wir Wege suchen und auch ein bisschen herumtasten müssen. Ich bin dafür, Probleme sichtbar zu machen, sagt der Bundeskanzler. Aber leider meint er damit nicht unseren gefährlich inkompetenten Wirtschaftsminister Robert Habeck. Damit meint er, dass Sie Ihren Kindern nichts mehr ohne begleitende Warnhinweise der Regierung vorlesen sollen. Sie könnten Ihre Kinder ja auf falsche Gedanken bringen. Am Ende ist das nichts anderes als ein Generalverdacht. Der Verdacht, dass wir alle unsere Kinder zu kleinen Rassisten erziehen, wenn der Bundeskanzler nicht eingreift. Entmündigung und Einschüchterung, das ist das Konzept dieser hilflosen Regierung geworden. Sie lösen Probleme, die keiner hat und schaffen Probleme, die niemand haben will. Zum Ende unserer Sendung möchte ich Sie noch aufmerksam machen auf eine großartige neue Dokumentation auf news.de. n-i-u-s.de Wenn Sie noch nicht da waren, gehen Sie hin. Wenn Sie schon da waren, gehen Sie wieder hin. n-i-u-s.de die neue Nachrichtenseite für Deutschland. Ganz ohne Propaganda, ganz ohne Zwangsgebühren. Und wir haben eine großartige neue Doku für Sie. Diese Doku heißt Wir haben gefälscht. Und sie handelt von Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten und deswegen ihren Impfpass gefälscht haben. Die in die Kriminalität abgerutscht sind, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Weil sie Angst hatten, deswegen ihren Job zu verlieren. Ich kann Sie nur aufs Wärmste empfehlen. Schauen Sie sich diese beeindruckende Doku an. Sie wird eine Debatte in unserem Land auslösen und sie wirft die Frage auf, sollen wir wirklich noch Menschen vor Gericht stellen? Tausende sind es in diesem Land, die in der Pandemie ihren Impfausweis gefälscht haben, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Eine spannende Debatte, eine wichtige Debatte, eine Debatte, die geführt werden muss. Und diese Doku auf news.de, ab sofort online, wird mit Sicherheit dazu beitragen, dass diese Debatte auch endlich geführt wird. Schauen Sie sich an, großartiges Werk geworden. Ich habe gefälscht, weil ich meinen Beruf sonst nicht mehr ausüben hätte können. Ich habe gefälscht, weil ich keinen neuartigen Impfstoff an mir ausprobiert haben wollte. Die Entscheidung gegen die Impfung war für mich eigentlich nie eine medizinische. Alles in allem muss ich sagen, dass ich eher Angst vor der Politik hatte, als jemals vor einer Erkrankung durch Corona. Es ging letztendlich auch so um Autonomie. Für mich waren diese ganzen Institutionen einfach nicht vertrauenswürdig. Das Jahr davor, da wurden wir noch beklatscht und gefeiert, weil wir in der Pflege noch so wichtig sind. Und das Jahr darauf wirst du genötigt, eine Straftat zu tun. Es war ziemlich nervenaufreibend, weil es auch in einer Phase war, wo schon Leute aufgeflogen waren. Natürlich hatte ich Angst, erwischt zu werden. Ich habe das völlig locker gemacht. Ich würde es auch jederzeit noch mal machen. Es kam eher so ein Judas-Gefühl auf. Die Apothekerin hatte sich gewundert, dass ich schon drei Impfungen hatte. Wenn die Polizei gekommen ist, um zu kontrollieren, ob ein Gast da ist, der ungeimpft ist, bin ich derjenige gewesen, der die Strafe bekommen hätte. Durch 2G wurde letztendlich eine Zweiklassengesellschaft konstruiert. Es war wir gegen die. Dieser Staat hat uns wirklich wie Dreck behandelt. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Check out